Ja, ja, ich weiß, Protokollschreiben ist langweilig und Mist und ach, was weiß ich, was ich alles schon gehört habe. Ne, ne, wenn man sich an dieses Grundgerüst hält, dann geht es sogar ganz schnell und ziemlich leicht und man muss nicht so viel schreiben und sich was aus den Fingern saugen. Nebenbei, ich rede jetzt auch deswegen, guckt mal hier oben, entstehen andauernd Links auf dem I, wenn ihr mit dem Cursor hier reinfahrt in das Video. Und ich rede deswegen noch so viel, weil hier dann zum Schluss in aller Ruhe noch ein paar Links angefügt werden, so dass ihr dann in aller Ruhe euch das richtige Thema aussuchen könnt. Wenn ihr zu den Themen geht, guckt in der Playlist nach, da ist es nach Klassenstufen geordnet, also es müsste eigentlich klappen. Gut, na denn.